hallo und herzlich willkommen zu der serie nach der angst in dieser angstreiter serie gab es ja diese challenge würde ich das schaffen mit der queenie so eine art level 3 freestyle und ist schon nach dem rallye zu reiten ich habe den level 3 schon mit einem anderen pferd gemacht auch schon sogar den level 4 im reiten aber ich finde es ganz gut diese reihenfolge einzuhalten will das macht man auch mit schnellen pferden ich mache das jetzt als mal im schritt und kombiniere das dann ja sie soll meinem blick folgen wenn ich also geradeaus gucke soll sie geradeaus gehen und wenn ich brauche das bein wenn ich es nicht brauche bin ich wirklich schon froh wie fein sie denn ist der blick nach vorne bauchnabel auch nach vorne beine locker das heißt kleeblatt weil das wie ein kneter aussieht und ich versuche halt die ganze zeit die hand hier nicht zu und ich versuche halt die kleeblatt oder die ganze bahn deswegen gehe ich jetzt zur ganzen bahn lächeln mit allen verbacken die ganze bahn kann ich natürlich auch mal in einem schnelleren gang an machen und ich versuche das jetzt bei den farben ich muss dann ja auch dieses eckenspiel zeigen das bedeutet immer in der ecke ist eine pause ich höre ich höre wo 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 Dann kann ich hier auch verschiedene Wendungen machen, zum Beispiel die Vorhand-Wendung. Diese Wendungen kann man auch machen in der Question Box. Und die letzte Woche zeig ich euch beim nächsten Mal. Tschö! 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 Tschö!